Was man beim Sehen eines guten Traumes oder eines schlechten Traums tun sollte. Man spuckt auf seine linke Seite symbolisch dreimal. Man sucht Zuflucht bei Allah vor dem Schaitan und dem Übel dessen, was man gesehen hat. Dreimal. Man berichtet niemandem davon. Man dreht sich von der Seite weg, auf der man gelegen hat. Man steht auf und betet, wenn man möchte.